Meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Ich habe die Schuhe, auf die ihr alle gewartet habt, von Bottega Veneta. Und zwar, yeah, Gummistiefel für nur ein paar tausend Euro. Mega. So, ich hoffe es geht euch gut. Ich bin jetzt ein bisschen in der Mall und wir hören später, meine Freunde. So, ich hoffe es geht euch gut. So, ich hoffe es geht euch gut. So, ich hoffe es geht euch gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.